Ein durch den Total Warfans und herzlich willkommen zurück in Pharao. Hier hat die Armee endlich das gemacht, was sie machen sollte. Und zwar hat sie sich da hingestellt. Und die können wir jetzt wieder einkesseln. Weil die beiden Armeen jetzt nicht so stark sind. Ich meine, die hat hier einen super Wagen dabei. Aber die Infanterie ist noch Bronze. Wie viel machst du denn bis da? Also noch 50% Weg. Ah, je nachdem, wenn er sich zurückzieht, das müsste eigentlich trotzdem klappen. Er will auf jeden Fall nicht mehr wieder zurückkommen. Dann machen wir hier den Kessel. Ja, ich denke mal beim ersten Mal zieht er sich noch zurück. Ja, so ist es. Was halt auch gar nicht so schlecht ist. Dann kommen wir jetzt von einer Seite. Äh... Äh, die hat schon zumindest silberne Infanterie. Bisschen stärkere Wagen dabei. Ich würde sagen, dann greifen wir mit der hier an. Dann schälst du dich da hin. Du gehst drauf. Und Herr Glöckabend ist wieder eine Tjeka-Armee weniger nach dieser Schlacht. Doch, dann sehen wir uns gleich, wenn wir hier mit zwei Armeen auf die eine drauf gehen. Oh, dann sind wir soweit, eine weitere Tjeka-Armee hier zu vernichten. Oh, Gluthitze. Das kostet natürlich viel Energie. Und wir müssen ja angreifen. Äh, nö. Trocken und dann Nebel, das Akzeptabel. Äh, der steht da drüben und er wird auch, denke ich mal, da bleiben. Geh das mal weg. Verstärkung. Kommt, genervt und hinter uns. Äh, das ist diese mit, ne? Hier so ein Felsen und hier so ein Felsen. Hm, dann wäre es ja vielleicht sinnig, die Armee, die noch kommt, hier vorlaufen zu lassen. Und mit der anderen Armee hier so rumzulaufen. Heute mache ich mir eine Kette aus oben. Obwohl es eigentlich von der Seite ist, chilliger. Ja, wir kommen mit der Armee von da. So, äh, warte mal. Dech nehmen wir da mal mit rein. Äh, die Mesedi. Dann packe ich mit dem General zusammen. Der Schleuder. Räh. Erstmal alles kompakt hier hin. Wenn da noch eine andere Armee kommt, packen wir die Waage alle in eine Gruppe. Oder wenn man da nicht denkt, von der Seite kommt nix, packen wir die Waage schon mal hin. Äh, dann können wir starten. Weil die marschieren da ja so langsam rein. Das glaube ich zwar nicht, was der Pirat gerade gesagt hat. Aber versucht es ruhig. Oh, äh, kommt der jetzt doch? Oder stellt er sich hier nur einfach ganz, ganz anders hin? So, ihr brettert mal durch. Aber fahrt mal da lang. Nee, irgendwelche Schleuderer hat. Können wir auf euch schießen? Nee, er stellt sich nur anders hin. Und hier sind immer noch nicht alle drin. So, da kam jetzt gerade die letzte. Ja, die Wagen. Von der Armee, die kommt da mit rum. In Position, Streitwagen! Äh, dann haben wir da noch ein paar goldene Sperrträger. So, hier in einer Gruppe. Diese Hethiter können es gar nicht erwarten zu sterben. Ihr macht das Zentrum. Ihr macht auch so eine Eingreiftruppe mit dem General zusammen. So, da haben wir mal zweite Steinschleuder, wa? So, äh, wir stehen erstmal ungefähr da. Äh, marschiert mal eine nochmal. Oh, der hat sich aufgebaut. Dann gehen wir hier schütteln. Oh, na, 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 na. So. Die zweiten Wagen kommen wir schon mal dahin. Oh, ja. Truppenverschiebung bei ihm. Na, der wird schon ziemlich lange dauern. Obwohl, die ersten kommen ja schon an. ein paar müssen aber noch laufen die lassen wir schön in Ruhe aufmarschieren dann würde ich ja sagen wir nähern uns erstmal mit der mit der kompletten ersten Armee fallen wir dann sozusagen in die Flank rein je nachdem wie er reagiert naja diese Sperrträger sind halt auch immer sehr sehr langsam so aber ich denke mal das reicht so jetzt marschieren wir auf die brauchen noch so einiges an Weg bis sie endlich ballern können naja dann würde ich mal sagen wir sind hier schon dicht dran dann stellen wir die Infanterie hier hin dann kommt sicherlich schon eine Reaktion von ihm schön zwischen die Felsen aber wenn man uns nicht flankieren kann dann sind wir ein bisschen zurückgezogen im Wald damit man auf den nicht schießt du solltest das hier nehmen äh so naja das ist schon mal alles in Bewegung dann nehmen wir mal die erste äh die müssen ungefähr denselben Weg laufen wie die andere Armee die klatscht ja dann dagegen dann stellen wir die Armee so auf äh das am besten schön noch in die Flanke die Wagen fallen können also ungefähr so Stattschleuder war ran General erstmal noch ein Stück zurückgezogen oh dann können wir weitermachen zerstampft unsere Feinde zu Staub hier kann er im Moment sogar gar nicht sehen alles unterwegs naja die Steinschleuder können wir dann auch schön nochmal aufteilen zwei Grüppchen haben wir noch über machen wir die schon mal und so und da geht sein Gefall auf jeden Fall schon los abfluss untergehen da kommt man schon mal ein Stück näher ran hier wenn ihr euch eh nicht sehen kann in Position Streitwagen so meine schießen jetzt auch schon dann würde ich doch mal sagen machen wir schon mal ein Stäbchen das sind die an was für Fernkämpfer kommt ihr denn ran äh nochmal Schleuder war dann Bogenschützen dann geht ihr erstmal auf die Schleuderer äh das ist die andere ihr geht auch auf die Schleuderer kommt ihr auch schon an irgendwelche Fernkämpfer ran äh nicht so wirklich woher hier die Schleuder war ne sind noch nicht ganz aufmarschiert dann schießt ihr auf jeden Fall auf die Schleuderer das ist die da äh Stürmer sind immer scheiße schieß mal auf Stürmer so das ist die ich würde sowieso noch ein bisschen laufen äh lauft ruhig nochmal ein Stück weiter vor ja da müsste gleich eine ziemliche Reaktion von ihm kommen also er marschiert hier auch schon vor das sieht so ein bisschen so aus als wenn er auf den General drauf will damit die Steinschleuderer hier auch so ein bisschen mehr Weg haben mit dem sie noch nach vorne gehen können naja baut euch schon mal so auf und weiter naja baut euch noch fleißig geballert naja schalt jetzt anzugreifen naja der ist im Angriff so Päuschen äh kommt da verstärkt auf die Flank äh kommt hier mal die Eingreiftruppe hin so Fernkämpfer Fernkämpfer ja auch alles Fernkämpfer und die sind ja im Angriff na die Wagen sind ja relativ schnell da dann lassen wir ihn ganz kurz noch ein bisschen angreifen ich sehe euch jetzt Schwächlinge oh jetzt fängt halt mit Brandpfeil zu schießen so stopp jetzt kommt die Wagen da sind keine Fernkämpfer äh das ist schon mal nice das ist die auf der Seite äh nein 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 das ist nicht so äh Tisch 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 und Tisch hier fahrt noch mal so nach da dann brauchen wir die Eingreiftruppe noch so bam bam wir werden jetzt gleich da aufrollen so kurz stopp ich stelle mir mal Steinschleuderer neu ein das sind Wurfsperrwerfer äh das nicht die und die hier sind die auf der Seite stehen auch noch relativ sicher dann konzentriert auf die Wurfsperrwerfer hier waren glaube ich keine ne die hat doch irgendwie hier mit stehen hier noch irgendeine Infanterie ne ne dann schießt hier noch einen Moment auf die Wurfsperrwerfer hier klappt dazu hier ist überall eine drauf hier wird auch gleich eine drauf klatschen oh das ist ein General brennt hier schon irgendwas äh noch zum Glück nicht ähm äh sind die wieder irgendwie versteckt gewesen zwischendurch äh die beiden sind auf jeden Fall noch im Angriff für Macht und Ruf äh der General ist auch noch so ein bisschen unentschlossen da ran da ran hol euch der Tod du greifst den General an du gehst damit vor im Namen du gehst hier noch da die Klappe zu Ah, randern. Die mal einsammeln. So, äh... Aufhören. Fürs Erste. Auf den General. Da kommen noch irgendwie Schleuderer. Okay, dann greift man hier mit zu. Hier weiter vor. Äh, welche Wagen sind das? Die und die. Kurz mal zum Generalen drüber. So, wieder ein Stäppchen. Bricht hier bestimmt schon wieder Zeit Stöbern durch. Wir seh die, wir seh die. Du gehst mal da mit ran. Du gehst mal da mit ran. Du gehst hier mit ran. Da ist sie im Hintergrund ist alles geregelt. Äh, die flüchten auch schon. Da kann eigentlich Harashi mal mit anpacken. Ihr beiden geht schon mal in den Nahkampf. Packt hier mit an. Was ist mit der? Die flüchtet auch schon. Dann geht ihr weiter rum bis zu denen. Die sollte noch einer verfolgen. Damit die weg sind. So, hier blinkt nur noch sein General. Wir haben den Wagen auf die da hinten angesetzt. Um ihnen das Genick zu brechen. Also auf den General. Achso, ja. Stimmt ja. Außer du natürlich. Boah, hier sieht's am übelsten im Moment noch aus. Noch ein Wurfsperrwerfer. Packt du da noch mal mit an. Äh, der ist da hinten mit ran. Der General muss nur noch verfolgt werden. Äh, wir haben hier die, die und die. Die ist unbedingt da mit ran. Äh, ich brauch Pause, weil hier sind zu viele Flüchtende, die will ich alle haben. Die sind auf dem Weg. Welche Wagen hab ich denn hier? Den und den. Die würde ich gerne hier noch mit einsetzen. Nur, dass die ganz starken Wagen sind. Wie du verfolgst den General? Wie du verfolgst die Truppe? Die sind schon fast da. Äh, die brauchen irgendwie noch. So, Harashi ist verfügbar. Der einmal mit ran. Du kannst schon mal die Stürmer hier mit verfolgen. Hier haben wir noch Wagen. Äh, die lasse ich auch schon mal hier rüber eiern. Ja, obwohl, da müssen sie durch diese ganzen Flüchtende durch. Nö, 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 nö. Ihr beiden packt der mit an. Äh, das dauert noch ein bisschen, bis sie da sind. Die Wagen haben das geregelt. Dann übernimmt ihr mal die. Ihr kommt da mit ran. Ihr verfolgt die. Ah, drauf da. Drauf da. Schönei hier von hinten reinklatschen. So, jetzt kannst du da von hinten ran. Die Wagen verfolgen die. Das ist geregelt. Hier haben wir noch Steinschleuderer. Für Ruhm und Ehre. Na, komm. Der drauf. Sterbt, ihr Narren. Äh, nächste Wagen reinklatschen hier. Die Stürmeinheit ist geschlagen. General drauf. Die sind am Arbeiten. Oh Gott, wo ist das da hinten? Wo bist du so weit weg? Streitwagen. Wir haben ihren Mut gebrochen. Die haben die auf jeden Fall alle reingefangen. General ist halt immer noch nicht tot, ne? Wahre Krieger! Läuft irgendwie da weg. Speere! Gebt alles! Bei den Göttern, nein! So, jetzt wollen wir mal kurz ein Päuschel machen. Kurz die Wagen hier alle rausziehen. Äh, welche sind das denn? Äh, äh, die vier hier. Nehmen wir auch noch einen Schnarcher, ne? So, jetzt kommen wir einmal raus hier. Äh, ist denn der Schnarcher, der hier, wa? Fahr mal schon mal da hin, falls hier was nach da... Obwohl, die flüchten ja hier auch schon. Äh, die rollen mal von hier das Feld auf. Boah, dann können wir erstmal weitermachen. Schade, die da haben wir nicht mehr erreicht. Die sind gleich weg. Das ist ärgerlich. Also, meine Wagen fliegen, wa? So, hier haben sie aber wieder gut aufgebaut. Alles für den Sieg! Dann wollen wir da reinklatschen. Streitwagen! Brecht Ihren Mut! Lassen Sie erzittern! Sie könnten Steine abfeuern! Äh, nehmen Sie die Stürmer mit. Der Sieg erwartet uns! Ja, da ist auch unser Sieg. Wir sehen den Tod im Saug. Äh, die und die. Das war... Die Steinschneuer, die hier sind. Alle in den Nahkampf. Guck mal, ob er diese Armee hier nicht komplett vernichtet bekommen. Äh, wäre eine Sorge weniger. Oh, alles da drauf. Äh, sind die noch Stürmer? Nö, sieht nicht so aus. Tja, der war gleich da mit anpacken. Ja, das ist geregelt. Hier die Wagen sind schon auf dem General sozusagen drauf. Da können wir, denke ich, mal Schub geben. Ich denke mal, bis auf die eine, die hier hinten weg ist, müssten wir eigentlich alles kriegen. Irgendwie gucken, falls sich irgendwas von ihm löst. Das war der Wagen hinterher. Jagen. Haben wir irgendwo schnarchende Wagen? Nö. Äh, die Schleuderer machen hier nicht mehr so richtig was. Schnell mal da hinterher. Schnell mal da hinterher. Wo sind die? Die sind da ganz hinten. Ne, warte, warte, helfst du lieber die. Die... Fahr mal nach da. Die sind auch da ganz hinten. Die sind noch hier vorne. Da haben wir wieder einen Schnarcher. Warum fahr die Wagen hier nicht weiter? Los, 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 los. Wir müssen da ran. Hier sind noch Wagen. Äh, übernehmt ihr die? Oh, nein, 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 nein. Äh, wir irgendwo wagen. Das sind die, das sind die. Oh, die kriegen wir auch nicht mehr. Und da sind diese scheiß Rüstungsbeerträger. Äh, jetzt ist wirklich überall alles angesetzt. Weiter. Die hören schon wieder auf. Wird doch nicht hier mal aufverfolgen. Äh, zumindest ein paar haben sie noch erwischt. Die sind noch rangekommen. Äh. Die sind schon drauf angesetzt. Das ist erledigt. Alle da hinterher. Oh, aber da noch eine. Aber die steht rum. Rumstehen ist immer nicht so schlimm. Das ist erledigt. Das ist die letzte. Ah, nur noch eine Stürme-Einheit. Wieder eine Stürme-Einheit weniger. Oh, in die Verluste aus. Eine Wagen-Einheit ist ja geflohen. Äh, ansonsten recht übersichtlich. Da wir viele Leute gefangen haben, dürften wir eigentlich viele wieder aufbuschen können. Zumindest halt bei unserer ersten Armee. Sie rührt in die Eier. Schlag in die Fresse. Habe ich niedergestreckt. Ja, ich hoffe aber, dass die Armee auch weg ist. Ja, wir haben hier richtig ordentlich Gefangene gemacht. Die Armee, naja, okay. Weil die eine hier so hart angeschlagen ist, kriegt er die nicht voll. Aber neuer, immerhin. Wir füllen ihn auf. Nein. Ja, und so wie es aussieht, ist er auch vernichtet. Veteran aus Khati. So, wir kommen auf jeden Fall wieder nur in den Marsch da rein. Äh. Die Klinge von Khati. Ja, ja, er kommt noch nach Alassia. Abmarsch vorbereiten. Ich habe die Zivilisation vermisst. Marschformation einnehmen. Gut, tschüss. Hier erstmal ab. Aber wenn wir im Moment keine Armee hier haben, könnten wir ja auch unsere Außenposten wieder aufbauen. Ja, ich hoffe, ich habe so viele Steine. Einmal. Und wir haben genug Legitimation. Ich denke mal, ich scheiße jetzt bei Alassia auf das, äh, Monument. Wir geben dir hier auch einen Handelsposten. Der aktivieren Beobachtungsposten hin. Ja, wer weiß, ob vielleicht mal irgendwann Ägypter vor der Tür stehen. Weil, also die, äh, TK-Welle läuft ja jetzt nicht mehr so lange, ne? Hier ist auch überall nichts mehr zu sehen. Neun Runden noch. So, hier brennt es überall. Äh, ich bin mal gespannt, ey. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Dann verliert er ja wieder Truppen, ne? Ich weiß ja nicht, ob hier eine steht. Wartet auf unsere Beute. Äh, wir gehen mal, äh, glotzen. Ich darf nur nicht zu viel Bewegungspunkte nehmen, weil ich würde mich, wenn dann, ganz gerne noch verstecken. Wenn es sich anbietet. Ne, bis hier haben wir nicht ganz mehr Hälfte. Gucken wir mal, ob hier irgendeiner aufgeklärt wird. Sieht nicht so aus. Ich sehe jetzt auch vor der Küste keine. Kann sich das natürlich ändern, wenn wir kolonisieren. Ah, komm, wir machen das. Bevor sie uns von Bay weggeschnappt wird. Das gehört von Runden. Da haben wir natürlich jede Menge Truppen verloren. Zwei Runden. Naja, wahrscheinlich mehr oder weniger alle zwei Runden. So, dann haben wir wieder eine Stadt eingenommen. Den müssen wir erstmal reparieren. Gleich mal wieder ein bisschen Futter. So, hier steht er dann mit einer Armee. Die alte Welt kümmert mich nicht. Veteran aus Kati. Das ist durchaus möglich. Das müsste eigentlich klappen. Wenn ich mir die Bonusse mitnehme. Dann nehme ich über die Straße an ihn ran. Dann können wir hier in der nächsten Folge am Anfang wahrscheinlich die nächste. Das sind auch Tjeka, ne? Ja, Tjeka Armee vernichten. Das wäre dann immer weniger. Dafür habe ich so hart geschockert. So, wir waren hier. Veteran aus Kati. Ja, kolonisieren wir gleich das nächste Mal. Sterb, Narren! Fühlt euch wie zu Hause. Neue Gottheiten! Er ist jetzt schon weg. Äh, der hat sich auch weiterentwickelt. Äh, da gebe ich ihm erstmal den letzten hier auf. Äh, den Unterhalt. Na, jetzt mal kurz gucken. Elite-Kriegs-Pferde-Streitwagen hat der Anges-Bonus 5 und gewährte Attribut-Pferde-Erschrecken. Hatten der neue. Das selten ist ja der gleiche. Aber der hat einen Leichten. Äh, Sapuhasa ist das. Der kann diesen Leichten eigentlich auch behalten. Äh, dann würde ich sagen, äh, für diese eine Armee, wo wir die, äh, Streitwagen-Bogenschützen haben. Da, für den General nehmen wir dann unseren neuen Streitwagen. Äh, steck mal, das ist, äh, eine ganz gute Idee. Haben wir denn überhaupt noch einen Bogen? Ja, wir haben halt, äh, den von Kurunta. Ah, ne. Ne. Ne, der von Kurunta ist ja lila. Wir haben tatsächlich einen kuschitischen Bogen. Mit rüstungsdurchdringendem Nahkampfschaden. Äh, bin ich ganz ehrlich, Alter. Denke ich doch, ihn hier. Boah, und der hat hier auch schon rüstungsdurchdringenden Geschossschaden. 5%, 10%. Äh, das ist schon ein richtig cooler General. Ja, geiler. Der ist gefällt, will ich mal so behaupten. So, und dann haben wir hier auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, tschaui.